Meine sehr verehrten Damen und Herren, die aktuelle Corona-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen. Die Gesellschaft im Allgemeinen, aber natürlich auch die Polizei. Für uns als Polizei ist es wichtig, dass wir dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund bleiben, damit wir alle Vorkehren treffen, damit wir auch während der Pandemie für ihre Sicherheit, für sie alle da sein können. Im größtmöglichen Umfang unterstützen wir natürlich die Kommunen bei der Überwachung der Corona-Regeln, denn wichtig ist es, dass alle sich an die Regeln halten, nur so haben wir eine Chance, die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Wir stellen fest, dass dabei sich doch fast die meisten Menschen an die Regeln halten und wir nur sehr selten eingreifen müssen. Und doch kommt es immer wieder vor, dass wir auch eingreifen müssen. Ja, gerade letzte Woche hat ein Ereignis in Worms uns besonders betroffen gemacht, denn im Rahmen einer solchen Kontrolle wurden zwei Kollegen von der Bereitschaftspolizei, die uns unterstützt haben, bei einer Corona-Kontrolle körperlich angegriffen. Ein Kollege wurde verletzt, der konnte seinen Dienst nicht fortführen, der andere wurde leichter verletzt und konnte seinen Dienst weitermachen. Das ist natürlich in höchstem Maße inakzeptabel und ich glaube, wir müssen alles dafür tun, dass die Täter hier ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Grundsätzlich, jeder Angriff gegen Menschen, die für die Sicherheit der Bevölkerung da sind, ist nicht zu akzeptieren und wir müssen als Gesellschaft alles dafür tun, damit eben solche Dinge geächtet werden, damit solche Dinge nicht vorkommen. Vielen Dank.